ARD Text im Auftrag von Funk Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Tod und Zerstörung mit sehr vielen Superwaffen. Oder nein, ich glaube nicht in dieser Map. Nix mit Superwaffe hier. Okay. Ohh. Und die haben schon ne neue Idee. Ich hab schon ne neue Idee. Ja okay. Ja okay. Wieso alle die Dinger sind nicht übel. Mir vor die Fresse. Wuhuuu First Blood. Du Schwein. Bastard. Schnauze! Ich kann einfach nicht daran, dass das Lachen ist herrlich. Nein! Nein, nein, nein! Hä? Ich wollte auf die andere Seite und habe gemerkt, dass da unten eine Mine ist. Bäm! Ich will zu der noch Hallo sagen, aber nichts war's. Welche totalzerstörerische Superwaffe könnte ich jetzt bauen? Ach, der Spielfahrer hat alles ausgeschaltet und nur da ganz hoch aufgerissen. Was ist das? Take your time. Take your time. Oh, cool. Autsch! What? Schöner hast du gedacht? Die funktionieren besonders bei Fahrzeugen oder Mühlen. Okay. Wie ihr gerade gesehen habt. Hm. Voll ins Gesicht. Ich bin da wieder an einer ganz guten Ort. Mal schauen. Und die Arzt! Ah, ich bin da drüben. Ich bin da. Ich bin da drin. Was ist das? Granat-Apfel? Gra-gra-gra-gra-ra Ein Agrar-Apfel Ein Agrar-Apfel Agrares Agrarararar Was mach ich denn? So guess I'm wasting time with the fire on the land No point crying, this fire is still mine Don't worry about me, I'm doing just fine No, I'm not going to die Na toll Nice Was war das, ne Mine? Ja Hey, don't look at me and laugh and scuff Even the trolls still sing their eyebrows off Okay Let's use a new color for this little piece over here I'm not going to die 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 Oh, that hurt it Boy, I like that Makes me a nchitte We have plenty of time Arsch Stop it! I'll wreck you bitches! Was ist das? Ja. Schön in die Kiste rein. Das war wohl nix. Natürlich. Ja immer, oder? Natürlich. Ja ich denke! Das war's. Danke schön! Das war's. Ich denke, man sollte reichen. Das glaube ich auch. Oh, what the fuck. Okay. Nein. Nicht wirklich. Ich mache dir gar keinen Schaden. I don't know. Hmm. 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 Nein. Okay. So, so, so. Hallo, Mauti. Oh, oh. Plus Mine. Okay. Nice. Er ist ein Geschenk zu dir zurückgekommen. Ja, sowas geben wir ja. Das ist zurück geschenkt. Hmm. Hmm. In your face. Revenge. Revenge. Komm schon, explodiert du Dreckspanzer. Oh man. Spielverderber. Nope. So, 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 so. So, so, so. Das ist irgendwie. Hey, fool. I'm over here. I wouldn't mind so much, but you weren't even near. Ah, so, 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 so. Ah, toll. Hab Angst. Hmm. Wird wehtun. Hmm. Was gibt's denn da Schönes? Da fallen mir drei Zilliardenmöglichkeiten ein. Hinsicht. Aha. Da wär der Stoss besser gewesen. Ja, die Mine. Ich dachte eigentlich, er fällt vielleicht noch ein Buster ab. Mist, ich hab nix mehr gescheites zum zerlegen. Na, ich auch nicht. Ach, das hier kann ich noch zerlegen. Ah. 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 Na, wo ist der Akku? Hm? What are you talking about? Okay. Okay. Ja. So ziemlich. Denk auch. Two down. Ah. Oh my God. And we're all here to befriend us. I recommend you get some ear defenders. Two down. Time to be just close in a mortal coil, in the town round. In the town by shambers. That beep from the royal... Oh my God. Oh my God. Oh nein. Das ist sicher ein Fehler. Jo. Ja, ja. Ciao. Tschö. Ich hatte es befürchtet. Ich wollte eigentlich drüben ein Loch reinspringen, aber vor allem fällt mir jetzt ein, das Ding hat ja so einen kleinen Radius. Das hat sich gar nicht rettiert. Äh, da bin ich wieder, ja. Überraschung, da bist du wieder. Hallo. Ah. Ah. Ah, nix, nix. Ich hab mal wieder. Hab ich mal wieder, ja. You got it. Eine Scheibe. Was war das? Ich wollte ihn hier auf die Mine rüber. Ja, ich dachte. Jetzt steht er über dir. Jetzt bin ich hier auch da. Ah, ja. Ich bin hier. Das richtige ist One on One da drüben. Ja. Ja. Two on One. Geschenke. Ja. Ja. Halleluja. Alter. Und zum nächsten. Für das nächste One on One. Das One on One geht weiter. Das ist War. Das ist War. Shit. Ich bin da. Ah. Ah, verdammt. Okay. Okay. Wieso hatte der schon eine Heilig? Ich hab sie jetzt auch. Er ist heilig. Okay. Oh Gott. Müsste östen sein! Reicht das? Nein. Hm, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall, um mich zu killen. Ja, vielleicht mich auch. Ja, der Panzer ist definitiv Geschichte. Ja, und ich auch. Ja. Ich bin am Arsch. Ah, super. Ja, ja. Ah, da bin ich. Ja, ja, ja. Ja, super. Ja, hurry up. Irgendwie so voll für den Arsch alles, ne? Alles, alles für den Arsch. Ah, ich hab gut aufmagaziniert. Ne, nicht. Was nicht? Ah. Ah, okay. Ja, okay. Das meinte ich nicht, aber... Zum Glück. Wunderbar. Ah, schön. Voll in die Decke. Okay. Ähm. Okay. What are you doing? Wenn er das wüsste. Hm. He's not knowing what he's doing. Ich hab so ein ungutes Gefühl bei der Sache. Nee, nee. Super Schaff. Mäh, 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 mäh. Ah, Mist. Ja, ha, ha, ha. Zu früh. Mist. Bin ich... Wobei, woran bin ich denn da gestreift zur Hölle? Du hast nach oben gezielt. Bist du in die Decke geflogen. Interesting. Very interesting. Hm. Yup, yup. Ja, ich weiss jetzt gar nicht, was ich da tun soll. Ich bin da irgendwie voll, äh, am Arsch. Der Welt. Ich weiss nicht, ob sie's wussten, aber... Ich würde mal schauen, was ich tun soll. Ich würde mich teleportieren. Schlechte Idee. Oh! Ja, und Mine. Oh! Sag ja, schlechte Idee. Oh. Oh. Okay. Next time, bad luck. Okay, now then. Let's play. Let's have some fun today. Hm. We get lots of letters from people painting along with us. They'll do fantastic things for you. It'll make you happy. Hm. Ich bin tot. We have plenty of time. Wieso kann ich nicht bauen? You're mine now. Time's out. Doch da, ich hätte noch 3 Sekunden. Let's go. Wieso? Bist du schon? Ich gebe 3, 2, 1. P LLC. Oh, was ist das? Eine spezielle Banane? Ich bin tot. Hä? Okay. Oh, okay. Ich habe ganz vergessen, dass das Ding eh total für den Arsch ist. Jetzt geht die Welt völlig aus den Fugen, ja? So, ob ich jetzt treffe oder nicht, ist mir egal. Aber ich habe da noch was gebastelt. Das will ich jetzt noch ausprobieren, bevor ich krepiere. Wo ist das? Aller Richtung. Hä? Hä? Aha. Aha. Okay. Overkill. Oh Gott. Ja. 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 Schade. Ah, doch. Hä? Was war das jetzt? Das ist eine heilige Handgranate mit Minen drin. Okay. Aber ja. Schön. Ich hätte noch drei Superschafe auf Vorrat gehabt. Drei Superschafe, okay. Noch drei. So, jetzt wird es sicher lustig mit dem Peter. Der findet der Peter lustig. Ja, das findet sogar der Peter lustig. Löwenzahn. Ja. Ja. Jetzt wäre irgend so was, was richtige Zerstörung anrichtet. Das ist genau richtig. Jupp. Let's party. Wir fehlen hier die Massenvernichtungswaffen. Ja, irgendwie schon, ja. Hm. Aber vielleicht kann ich... War klar. Vielleicht kann ich da ja etwas einreissen. Das wäre eine gute Idee. No. Nee, nicht so. Nicht direkt so. Oh ja. Etwas hast du eingerissen, definitiv. Du hast dir den Arsch abgerissen. Ja. Boom. Okay. Ich finde interessant, wie viel Helfe ich schon verloren habe. Ja, null. Ich weiss. Nee, ich habe 34 gewonnen. Ich weiss. Oh, Mann. Und da fragst du dich, warum es manchmal Runden gibt, wo wir alle auf dich gehen, hä? Ja. Ja. Es gibt ja Runden, da gehen wir gar nicht auf dich. Ja, eben, ja. Komm, geh jetzt endlich in dein Plätzchen hier. Sehr schön. Der Bunker. Ich nenn's. Ich nenn's der Bunker. Ach ja. Bunker. Bunker. Ja, das wird zwar nix, aber ist ja egal. Na, nicht für uns, nee. Doch. Das Geschütz steht jetzt da. Ja, au. Jetzt baut er sich wieder so ein Gerüst vornhin. Lass mich raten. Er muss mich ja nur aussitzen. Ich bin Pazifist diese Runde. Da kann's ja noch Stunden dauern. Oh, weh. Na gut. Wir haben mich doch überredet. Jetzt baut ich mich eben so nach dem Motor. So ist das gut. So geht das. Sehr schön. So muss das sein. Und noch ne Miene. Und noch ne Miene. Ja. Jawohl. Das hat gesessen. Das reicht. Minimaler Overkill. Also ich hab 18 plus half gemacht. Ja. Der Ingenieur hat gewonnen. Du Oberwurm. Ich hab trotzdem am meisten schon gewonnen. Ja, die Banane gab richtig eins aufs Maul. Jupp. Denk auch. Nice. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö. Tschau. Tschö. Tschö. Vielen Dank.